Der Ablauf unseres Mastercamps sieht folgendermaßen aus. Morgens steht Tennis im Vordergrund. Für die Partner, die mitkommen und kein Tennis spielen, bieten wir morgens schon Yoga oder Pilates an. Am Nachmittag stehen dann die Zeichen auf Erholung, auf Entspannung oder auf Kräftigung. Das heißt Pilates oder Yoga, Meditation. Vor allem, und das ist ganz wichtig, Tennisspezifisch für Tennisspieler, damit jeder Tennisspieler auch spürt, wie er davon profitieren kann auf dem Platz. Das ist ganz, ganz wichtig. Abends haben wir viele gemeinsame Abendessen, hier und da ein Tennis-Talk. Und am Freitag gibt es eben auch noch Abschlussturniere. Die eine oder andere Überraschung kommt vielleicht auch noch dazu, aber die verraten wir jetzt noch nicht.